A's hires A's, B's hires C's, C's hires D's. Schon mal gehört, oder? Das bedeutet ganz einfach, du kannst immer nur die Talente gewinnen für dich, wenn du selber auf der Stufe bist oder schlechter. Das heißt, A-Talente kommen nur zu A-Arbeitgebern und natürlich nur findbar durch A-Recruiterinnen und Recruiter. In meinem Workshop am 25.01. bringe ich dir bei, wie kann ich mit KI umgehen, wie finde ich die besten Talente, wo finde ich die besten Talente, wie kann ich sie anschreiben, so dass sie eben nicht genervt sind von einer stupiden Copy-Paste-Nachricht, wie führe ich gute Gespräche, wie muss ich das Medium LinkedIn benutzen, wie kann ich auch das mit KI zeitoptimiert nutzen, weil wir wissen beide, es liegt nicht daran, dass das Recruiting keine Lust hat, sondern das Recruiting hat mittlerweile eine riesen Fülle an Aufgaben, die sie gar nicht mehr bewältigen kann. KI gibt uns hier die Möglichkeit, smart zu arbeiten, schneller zu arbeiten, da wo es Sinn macht, auf den Menschen, also auf dich zu verzichten und da wo es Sinn macht, wieder verstärkt den Menschen einzusetzen. Weil wir wissen beide, du verbringst eigentlich ganz, ganz wenig Zeit mit den richtigen Bewerberinnen und Bewerbern, sondern du bist ganz viel mit KPIs, mit Nachrichtenschreiben, mit E-Mails, mit Einladungen beschäftigt. Hier gehen wir darauf ein, dass dein Arbeitstag dir wieder mehr Spaß macht, du die besseren Talente findest, das macht auch deinem Chef dann viel, viel mehr Spaß. Also melde dich gerne an am 25.01. Es ist begrenzt auf sieben Teilnehmer, zwei davon sind schon für jeden, das heißt, es sind nur fünf Plätze frei. Wenn du Fragen hast, ruf mich gerne an, schreib mir eine E-Mail und die Pages eingeblendet, hier findest du auch mehr Informationen und wenn da noch irgendwelche Fragen offen sind, wie gesagt, ruf mich gerne an.